Hallo und herzlich Willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute möchte ich einfach nur mal Danke sagen. Vielen Dank für die letzten Monate, vielen Dank für 10.000 Abonnenten. Wir haben wirklich jede Menge Spaß gehabt hier die Videos zu drehen. Wir freuen uns über alle eure Kommentare, über eure Likes, über eure Abonnements, über eure Rückmeldungen. Wir haben echt viel viel Freude gehabt in den letzten Monaten und werden mit Sicherheit auch noch viel viel Spaß hier haben. Dass nicht immer alles geklappt hat, das habt ihr bestimmt auch schon ab und an mal mitbekommen. Gott sei Dank konnten wir das meiste immer rausschneiden. Aber ich habe mir gedacht so ein paar lustige Momente, die wollen wir auf jeden Fall noch mit euch teilen und deswegen gibt es das jetzt als kleines Dankeschön an euch. Ich sage tschüss bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Läuft die Kamera schon? Sieht man mich schon? Na es dampft halt. Hallo und herzlich Willkommen liebe Wunderkesselfreunde. Liebe Wunderkesselfreunde? Hallo liebe Tierfreunde. Hallo und herzlich Willkommen. Boah Alter so jetzt. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Magic. Im Moment gibt es das auch zum vergünstigten Einkaufs... Im Moment gibt es das auch zum vergünstigten... vergünstigten... mein Gott! Im Moment gibt es das auch zum vergünstigten Einkaufs... oh Mann, jetzt ist es aber auch echt... Im Moment haben wir es im Angebot zur... Im Moment haben wir es zum Einführungsangebot... Etwas Pfeffer... Salz, Pfeffer... kann man mal... kann man mal verwechseln... Unser Wasser kocht genau... jetzt... sieben Sekunden ab... So, möchtest du das ablecken, Hanna? Eigentlich nicht. Warum nicht? Wer ist eigentlich auf die selten dämliche Idee gekommen, eine schwarze Küche hier zu installieren? Ich habe nichts gegen schwarze Küchen, aber wenn ich sie sauber machen muss, ist es scheiße. Unser... Guck mal rein... Nie sind die Sachen da, wo ich sie gerne hätte... Die Lieblingsgerichte der Kinder unserer Redaktionsleitung... Warum stand der Löffel raus? So produzieren wir Outtakes übrigens... Und wir gehen die Sachen auf die schwarze Küchen... Wo sind sie dann die Sachenυχäfte? Und wir gehen die Sachen auf die Schwarze Küchen. Möchtest du es? Oh, was du näin ... Vielen Dank.